Nachdenkseiten Die kritische Website Abhängig beraten Gemeinnützige Servicestelle für Patienten demnächst nur noch auf Kassenrezept Von Ralf Wurzbacher Die unabhängige Patientenberatung Deutschland gehörte sieben Jahre lang einem Unternehmen im Dienste von Versicherern und Pharmaindustrie mit Tuchfühlung zu einem Private Equity Fonds Darunter litten Service und Qualität, während die Firmenkasse klingelte Das provozierte immer mehr Unmut, weshalb die Ampelregierung einen Neustart versprach mit staatsferner und unabhängiger Struktur Jetzt zeichnet sich ab Die kommende UPD-Stiftung soll praktisch vom Spitzenverband der Krankenkassen beherrscht werden Das steht so nicht im Gesetz Das hat sich aber Gesundheitsminister Lauterbach in einem Kuhhandel abpressen lassen Das war absehbar Es gab Zeiten, da hielt die unabhängige Patientenberatung Deutschland UPD, was ihr Name verspricht Sie beriet in gesetzlichem Auftrag, Hilfesuchende in Gesundheitsfragen unentgeltlich und unabhängig weil sie über jeden Verdacht erhaben war unter dem Einfluss von Ärzte und Klinikverbänden, Krankenkassen oder Arzneimittelherstellern zu stehen Garantiert war dies durch die Art, wie sie organisatorisch aufgestellt war Als reines Non-Profit-Projekt in gemeinsamer Trägerschaft des Sozialverbandes VDK, der Verbraucherzentrale Bundesverband VZBV sowie des Verbundes Unabhängige Patientenberatung VUP Diese Struktur hatte von 2006 bis 2015 Bestand und es war dies die Phase, in der die UPD mit einem Maximum an Engagement, Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit die Interessen der Menschen vertrat, die bei ihr Rat suchten Die Nachdenkseiten hatten vor drei Jahren im Beitrag Heuschrecke am Ohr nachgezeichnet, was dann passierte Zum 1. Januar 2016 wechselte die UPD im Rahmen eines europaweiten Ausschreibungsverfahrens als vermeintlich eigenständige Tochter in den Besitz der Duisburger San Vartes GmbH, die einen Großteil ihres Geldes mit dem Betrieb von Callcentern im Auftrag der Krankenkassen verdient Deren Dachorganisation, der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung, GKVSV, war nicht nur die treibende Kraft hinter dieser Quasi-Privatisierung sondern ist seit jeher der Hauptfinanzier der UPD Mit Unabhängigkeit war unter diesen Bedingungen Schluss Ein Dienstleister der Kassen beriet fortan mit Versicherungsbeiträgen Versicherte, die mitunter im Konflikt mit dem eigenen Geldgeber stehen mit dem San Vartes auch noch private Geschäfte macht Heuschrecke übernimmt Der Vorgang sorgte seinerzeit für heftige Proteste, die aber folgenlos blieben Dagegen zeigten sich die Folgen des Komplotts schon sehr bald Service, Qualität und Quantität der Beratung gingen den Bach runter, während die San Vartes-Bilanzen gedeihten Wie 2020 der Bundesrechnungshof BRH in einem nur für den Dienstgebrauch gestempelten Bericht feststellte wird nach Ablauf der siebenjährigen Förderzeit fast ein Drittel der Fördersumme, mehr als 20 Millionen Euro, an die San Vantes, GmbH oder andere Mitglieder der Unternehmensallianz geflossen sein Tatsächlich legte der BRH ein System unternehmensinterne Auftragsverschiebereien bloß, bei dem sich diverse Firmentöchter mit überteuerten Abrechnungen aus dem Fördertopf bedienten Die Leistungsentgelte könnten großzügig bemessen sein, was, Zweifel an einem optimalen Einsatz Der Fördermittel Nähre befanden seinerzeit die Finanzwächter und umschifften so das Wörtchen Untreue um Haaresbreite Zweifel hatten davor schon andere gehegt, allerdings ohne damit Gehör zu finden Ebenso ohne echte Öffentlichkeit, geschweige denn öffentlichen Aufschrei, lief im Sommer 2018 ein Deal ab, der die UPD Praktisch mit einem Mal per Einflusssphäre der Pharmawirtschaft beförderte Der Savantis-Verbund wurde dabei praktisch über Nacht von der Careforce GmbH geschluckt Einem laut Eigendarstellung Personalberater der Healthcare-Industrie Kurzum arbeitet die Firma mit Sitz in Köln Arzneimittelproduzenten zu, damit die ihre Pillen und Salben besser unter die Leute bringen Obendrein steht hinter der Careforce Holding ein Private Equity Fonds namens Findus Investor Der mit dem Geld deutscher Mittelständler auf Renditejagd geht Inzwischen haben sich die Besitzverhältnisse weiter verschachtelt Teil des Findus-Portfolios ist heute die Kölner Medperion Ein führender Kommunikations- und Vertriebsdienstleister für die pharmazeutische Industrie im deutschsprachigen Raum, wie es heißt Unter unsere Teilunternehmen sind auf dessen Website fünf Namen aufgeführt und neben Careforce steht dort auch Sanvatis Damit war die unabhängige UPD bis vor kurzem nicht nur mit den Krankenkassen und der Pharmaindustrie verbandelt, sondern überdies Beute einer Heuschrecke Stiftung für die Galerie Das ging nun doch zu weit, mussten schließlich auch die politisch Verantwortlichen einsehen und machten ein Versprechen Im Koalitionsvertrag der Ampelparteien liest sich das so Die unabhängige Patientenberatung UPD überführen wir in eine dauerhafte, staatsferne und unabhängige Struktur unter Beteiligung der maßgeblichen Patientenorganisationen Bereits zu Zeiten der abgewählten Großen Koalition wurden vier mögliche Nachfolgemodelle diskutiert, wovon eines vorsah, kommerzielle, gewinnorientierte oder nicht gemeinnützige Anbieter auszuschließen Der Vorteil läge in der präventiven Immunisierung des Beratungsangebots vor der Einflussnahme durch Anbieter gesundheitsbezogener Waren und Dienstleistungen Zitierte damals das Ärzteblatt aus einem Rechtsgutachten im Auftrag der damaligen Patientenbeauftragten der Bundesregierung, Claudia Schmidke, CDU Daraus wurde nichts Stattdessen beschloss der Bundestag im vergangenen März, die UPD zum 1. Januar 2024 in einer Stiftung bürgerlichen Rechts zu verstetigen Zu diesem Konzept hatte besagte Expertise noch festgehalten, es sei besonders dafür geeignet, innovativen Input durch wissenschaftliche und zivilgesellschaftliche Partizipationsstrukturen zu gewährleisten Tatsächlich fanden sich die maßgeblichen Patientenorganisationen prompt bereit, den Aufbau der neuen UPD mitzugestalten und als künftige Betreiber an die Erfolgsgeschichte der Gründerjahre anzuknüpfen Allerdings konnten sie im Frühjahr nicht ahnen, dass die Verheißung neuer, alter Unabhängigkeit vier Monate später wieder Schall und Rauch sein wird Wie in der Vorwoche das Ärzteblatt unter Berufung auf Sitzungsunterlagen berichtete, soll nämlich die UPD in Zukunft praktisch unter die Herrschaft des GKV-Spitzenverbandes gestellt werden So steht es in einem zwischen Verwaltungsrat und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach-SPD-Klammheimlich ausgehandelten Papier mit dem Titel Zusammenfassung der Gespräche, das dem Fachorgan zugespielt wurde Hierin werden der GKV-Führung umfassende Zugeständnisse durch das Bundesministerium für Gesundheit BMG gemacht Demnach solle diese über die Finanzen, den Vorstand, die Themen und Zielgruppen der Beratung, die Qualifikation der Beschäftigten sowie die wissenschaftliche Begleitung entscheiden können Unter anderem wird dem GKV-SV die Rückendeckung des BMG bei richtungsweisenden Fragen im künftigen Sitzungsrat zugesichert, insbesondere bei strittigen Haushaltsthemen Das Ministerium werde den Spitzenverband bei jeder Geltendmachung seines Anspruchs unterstützen, wenn er konkret darlegt und substanziell begründet, dass eine Beschlussfassung aus seiner Sicht nicht mit einer wirtschaftlichen Haushaltsführung vereinbar ist, heißt es dazu Außerdem soll die alle zwei Jahre durchzuführende Evaluation der UPD-Tätigkeiten nun auch den Einsatz von Finanzmitteln mit einbeziehen Laut Gesetz sind aber nur die Zweckerfüllung der Stiftung, die Unabhängigkeit sowie die wissenschaftliche Qualität des Informations- und Beratungsangebotes sowie die Beratungszahlen einer Prüfung zu unterziehen Dabei lässt sich die Position des Spitzenverbandes durchaus nachvollziehen Denn die gesetzlichen Krankenkassen sollen erneut die Hauptlast der Finanzierung tragen Gemäß Gesetz haben sie 15 Millionen Euro jährlich beizusteuern, während sich die private Krankenversicherung PKV wie bisher schon auf freiwilliger Basis mit einem Volumen von 7% beteiligen kann Über diese Lösung kann man sich nur wundern Erstens widerspricht sie abermals diametral dem Anspruch von Unabhängigkeit Und zweitens war es absehbar, dass die GKV ihre Rolle als Finanzierer an Bedingungen knüpft und sich die Regierung erpressbar macht Genau so kam es Mitte Juni hatte der GKV SV per Resolution verkündet, nicht an der Errichtung der UPD mitwirken zu wollen Solange man weder auf die inhaltliche Ausrichtung noch auf die haushalterischen Entscheidungen tatsächlich Einfluss nehmen kann Damit drohte Lauterbach die Zeit davon zu laufen Der Neustart soll in einem halben Jahr erfolgen Und mit der Aufgabe der Errichtung der Stiftung hat er qua Gesetz wen betraut? Genau, den GKV Spitzenverband Der soll die entsprechende Satzung ausarbeiten und mit dem BMG abstimmen Warum nur? Na klar, wer bezahlt, bestimmt die Musik Allerdings stehen im Gesetz Dinge, die dem Zahlmeister nicht passen Zum Beispiel, dass auch Privatversicherte sowie Unversicherte auf die UPD zählen können Jetzt hat der Verband mit dem BMG-Chef ausgekungelt Der Schwerpunkt der Informations- und Beratungstätigkeit der künftigen Stiftung UPD Bezieht sich dabei in erster Linie auf die gesetzlich Versicherten Zudem soll in der künftigen Satzung stehen, dass die Beratungen schwerpunktmäßig auf dem Leistungskatalog des 5. Sozialgesetzbuches SGB V abheben Das die Regelung zur gesetzlichen Krankenversicherung zusammenfasst Damit würden laut Ärzteblattfragen zur Pflege als Teil des SGB XI sowie zu einigen Bereichen der Rehabilitation unter den Tisch fallen Ebenso wären allgemeine Gesundheitsthemen, wie etwa zur Pandemie, nicht länger Teil des UPD-Angebots Dabei wurden Themen rund um Pflegeleistungen bislang am zweithäufigsten nachgefragt Es hätte auch alles ganz anders kommen können In den Anhörungen im Gesetzgebungsverfahren hatten mehrere Fachleute empfohlen die UPD aus Steuermitteln zu finanzieren Selbst die GKV SV hatte dazu geraten In einer aktuellen Stellungnahme nennt er dies nach wie vor die beste Lösung Die Mauschelrunde mit Lauterbach wird darin mit konstruktiven Gesprächen verbrämt Hierbei konnten offene Fragen geklärt und zu den wesentlichen Kritikpunkten eine übereinstimmende Sichtweise gefunden werden Im Ergebnis bestünde nun ein gemeinsames Grundverständnis zur Umsetzung des vom Deutschen Bundestag beschlossenen Gesetzes Will heißen, der Wortlaut des Gesetzes ist praktisch hinfällig So deutlich sagt dies sogar der Patientenbeauftragte der Bundesregierung Stefan Schwarze SPD der dereinst den Vorsitz des Stiftungsrats einnehmen soll Es ist schon erstaunlich, wie vehement und mit welchem großen Selbstverständnis gegen einen klaren gesetzlichen Auftrag opponiert wird bemerkte er im Interview mit dem Ärzteblatt Ich hätte mir da ein wenig mehr Gesetzestreue gewünscht Die gesundheitspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Die Linke, Katrin Vogler hat Sorge, dass in der Sommerpause Fakten geschaffen werden, die kaum mehr korrigiert werden können Am Freitag verlangte sie deshalb kurzfristig eine Sondersitzung des Gesundheitsausschusses anzuberaumen Auch aus Reihen der Ampelkoalition ergingen erste Signale, dass die Absprachen so nicht umgesetzt werden dürfen Der CDU-Gesundheitspolitiker Hubert Hüppel formulierte treffend Konsequenterweise solle der Minister die UPD in GKV-Patientenberatung Deutschland umbenennen Womöglich steht wegen des Eklats das ganze Vorhaben auf der Kippe Mittlerweile haben sieben Verbände, darunter der Sozialverband Deutschland SOVD und der Bundesverband der Verbraucherzentralen VZBV in einer gemeinsamen Erklärung einhellig erklärt sich nicht an einer UPD zu beteiligen die so vollständig unter der Regie des GKV-SV steht wie es derzeit aussieht Ausgerechnet der Teil der Selbstverwaltung, der seit mehr als 15 Jahren am häufigsten Anlass zur Kritik der Patienten biete soll nun das absolute Sagen haben Und weiter Für eine wirklich unabhängige Lösung im Sinne der Ratsuchenden brauche es politisch Mut, wohingegen die GKV offensichtlich Teil des Problems sei Bayer, übernehmen Sie Apropos Probleme Laut Ärzteblatt könnte die künftige Stiftung, so es sie denn geben wird, auf nichts aufbauen Die alte UPD befindet sich momentan in vollständiger Abwicklung Alle Verträge, wie etwa Mietverträge oder Telefonanbieter sind gekündigt Im September stünde die Entlassung sämtlicher Beschäftigter an Für die Nachfolgeorganisation hieße das Konzept aufsetzen, Räume finden, Mietverträge abschließen, neue Mitarbeiter rekrutieren und einstellen Bei fünf Monaten Vorlauf gibt es damit noch allerhand zu tun Oder man lässt es ganz bleiben Dann hätte sich gleich die ganze UPD erledigt Nicht nur die Sache mit der Unabhängigkeit Es sei denn, der Laden wird auf die Schnelle verjubelt Zum Beispiel an Bayer oder die BASF Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören Und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte Und wenn Sie auch etwas tun Disability tun,ènciauchen Sie einfach bis dahin Und ich muss auch beize unos B decami aber mit depend knowen Aber dass wir so Menschen sind wahnsinnig Dass wir auch immer die Behörden Und wenn Sie einfach den Boden erkennen, Sie können uns tak sagen Wir capturememat煩inken Sie surtout die鐘